Jau Leute, wir haben für euch eine kleine Ansage vorbereitet. Der Dennis und ich laden jetzt eine Zeit lang nichts hoch, da ich jetzt bald zwei Wochen im Urlaub bin und der Dennis ein Monat Praktikum im Ausland macht. Trotzdem ist ja immer noch der Arthur mit seinen Gothic Let's Play oder League of Legends für euch am Start. Wir haben seit kurzem für euch eine Facebook-Seite erstellt. Dort laden wir die neuesten Videos oder Infos hoch. Also nicht verpassen zu liken, damit ihr auch nichts verpasst.